Musik Noch gleich der Garten von Christian und Kerstin Seidel an der Bodenseestraße in Kloppenburg, einer Sandwüste. Vor dem Neubau, in den die beiden im Februar eingezogen sind, wartet im Pflaster eine große Aussparung darauf, bepflanzt zu werden. Tipps gab es nun vom MWZ-Gartenexperten Jens Högemann aus Fagelbusch. Dabei berücksichtigte er die Wünsche der Gartenbesitzer für die Beete vorm und hinterm Haus. Tipps gab es nun vom MWZ-Gartenexperten Jens Högemann aus Fagelbusch.